Ein neues Video an dieser Stelle und Teil 2 aus Heiligendamm. Wenn ihr das letzte Video abgecheckt habt, dann dürftet ihr schon mitbekommen haben, dass wir in einem mega, mega geilen Hotel sind an der Ostsee und es war richtig krass gutes Wetter. Und deswegen dachten wir so, bevor wir auf die Wildparty am Abend gehen, ja nutzen wir den Tag, machen so ein paar Shootings, einfach geile Fotos für Instagram, gehen ein bisschen im Meer, planschen. Wir hatten ein Stand-Up-Panel am Start und haben natürlich auch die Sonne genossen. Und wie das alles abgelaufen ist, das seht ihr jetzt natürlich exklusiv bei uns. Und wir freuen uns in jedem Fall auf euer Feedback. Auf ganz viele Daumen nach oben und ich würde sagen, los geht's. So, neuer Tag und wir machen gleich ein paar Fotos am Strand. Und vorher machen wir natürlich auch ein paar Fotos im Zimmer. Wow, diese Kulisse schon. Sieht so nice auf. Geil. Schön, ne? Dein Face ist fashion-mäßig. Wann, wann, ich mach mal einfach viel. Ich kann das nicht, Lory. Gib mir auch immer so. Weil ich weiß, was mich todesnervt. Das ist so was hinter dir. Diese scheiß Korbel. Nö, die... Weißt du auch. It is what it is. Nee. Safety ist mir ein kleines Gemüt. Bitte. Da kommt so richtig. Geh drüber einfach. Einfach drüber leben. Okay, aber... Das stürzt aus dem Fenster. Ich hab's auf Band, toll. Auf Band auch schön, ne? Ja, 2019 noch von Band zu sprechen. Achtung, Achtung. So, Leute. Ich fülle mein erstes Hätiko-Kleid an. Von Iona Matsour. Und wir drehen hier schon ein bisschen. Der Ramon ist schon am drehen. Und der Max ist schon ordentlich am... fleißig am Fotografieren. Mit der Lory. Ich zeig euch mal, wie... Ich zeig euch schon ein bisschen. Nice. Oh, das ist gut, oder? Geil. Mit dem ist noch die Falsche. Ciao. Geil, ne? Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Ich leute mir ein bisschen lösen. Ey, lass mal noch ein Bild zu zwei machen. Lass mal noch ein Bild zu zwei machen. Warte, ich mach mal kurz einen Bummer. Ich will noch mit der Brille... Ich gucke noch eins mit dir. Wir machen mal. Ist geil, ne? Okay. Ich sagte, drei, zwei Anteien, machst du das Fenster auf. Aber hier schon mal eine lange Sitzpose. Drei, zwei, eins. Oh, nee. Weiß muss man jetzt... Müssen wir mal ein bisschen länger in der Karte bleiben, ne? Geh mal eins und mach mal dein Ellenbogen so. Ja, 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 bis innen so, ne? Aber die hat ein bisschen Ausstrecken, dass es natürlich ist. Ein bisschen mehr anwinkeln, dass sie... Ja, genau, so. Stund, perfekt. Guck, und jetzt bitte? Geht's los hier zum Shooting. Schöne Sonne. Oh, es ist schön warm. Es ist richtig warm. Scheiße. Ja, wie schön diese Kulisse hier aussieht. Wahnsinn. Du kannst auch einfach das Tor öffnen, ne, Simi? Da ist dann die Karte. Ich hab ne Karte. Simi klettert drüber, auch gut? Ja, ich glaub. Guck, jetzt geht's auf. Ja. Was habt ihr gemacht? Ich werde immer unterschätzt. Ja. Die Suchen lacht mir. Nein. Nein. Nein, war deine Lache machen. Ich würde ja jetzt gerne schon was erzählen, wo er ja unterstützt uns eingegriffen hat, aber das kann ich nicht erzählen. Ihr wisst es ja, aber ich kann es den Zuschauern nicht erzählen, weil ich das nicht verraten darf. Ja, deswegen müsst ihr euch einfach ein bisschen gedulden, aber da stimme ich dir schon zu. Okay. Okay, jetzt sind wir mit dem besten Restaurant hier. Das ist richtig nice. Wir haben wir gestern schon essen und es schmeckt so gut. Oh my goodness. Das beste Carpaccio ever. Ja, ist echt so. Ich passe voll so mit dem Kleid. Ja. Komm mal mit rein. Komm mal rein. Passt du genau den da rein? Ähm, passst du dir immer noch auf den Mund raus? Ja, wir achten hier mit. Check das mal. Ja, ich check das mal. Ja, wir sind auch gleich wieder. Ah, das ist toll. Oh, das ist toll. Wir gehen mal einfach so ein bisschen hin und diese Schreifen rein. Jetzt scheuche ich mal die Leute da rein. Wo sind die Leute? Wir wirsten mit der Tapete eins. Wir wirsten mit der Tapete eins. Das ist richtig gut. Das finde ich richtig gut. Ich schieß einfach ein paar mehr rein. Ich schieße einfach ein paar mehr rein. Ich schieße einfach ein paar mehr rein. Ich schieße einfach ein paar mehr rein. Wow. Komm Alcarola. Ja, ja, ja. Zeig mal. Lass mal viel mehr rein. Ich meine mein Gesicht ist so. Also ich finde es halt, es sieht dann halt cheap aus, weil wir keinen Spiegelreflex haben. Ja, dann mach doch einfach normal und dann bearbeitet man das einfach, das gibt ja nichts. Weil, weißt du, also ich finde halt diesen Porträtmodus viel nicer, wenn es unscharf ist, als das. Das sieht cheap aus. Das sieht wirklich cheap aus. Das sieht wirklich cheap aus. Ja, aber das kann man dann bearbeiten, bitte. In dem unscharf. Auch wenn du hier so auf so einer Bank bist. Ja, wir haben ja noch das Problem hier ein bisschen mit dem Licht. Also klar kann man das noch alles aufrechnen und so. Ja, das sieht doch schön aus. Das Licht ist immer schwierig. Gegenlicht darf man nicht haben. Zu wenig Licht ist auch schlecht. Zu viel Licht gibt es nicht. Warte, bitte nicht bewegen. Warte, bitte nicht bewegen. Den Arm nicht ganz so hoch. Ja, das ist besser. Fotos sind fertig. Also hier erst mal. Wir stehen jetzt hier schon eine Stunde. Machen wir dieselben Fotos, aber wir brauchen ja noch Bilder von Lori und Siri zusammen. Okay, jetzt haben wir schon etwas gemacht. Warte. 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 Das Outfit fotografiert nur noch am Strand. Aber auf der linken Seite, genau. Da ist kein Strand. Soll ich den Handy dran behalten einfach? Ja, bitte schön. Soll ich den Schmuck anders machen? Ich finde, ich würde gerne mal sehen, wie das mit dem Meer aussieht. Das ist ein Stück vom Nächsten. Und im O-Ring ist auch ein Meer. Das ist ein Stück stark, oder? Wir haben jetzt die Fotos, glaube ich, fertig. Aber es ist nicht so leicht wegen der Sonne. Weil die Sonne kommt von da. Und wenn sie da steht, hat sie keine Sonne im Gesicht. Aber ich glaube, die regeln das schon. Und ich mache hier schöne Aufnahmen. Und ich hoffe, man hört uns überhaupt. Weil der Wind ist hier krass, was aber gut ist. Habt ihr es, Mädels? Ja, genau, sowas wollte ich. Mach mal was von mir. Aber nicht so viel wie... Ich mache es in der Barstatt. Ja, wo könnten wir hingehen mit den Outfits? Jetzt gehen wir zur White Party. White Party! Uh, Damons Body. Was ist denn da los? Tschau! 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 Tschau Georgie Boy! Hi Paris! We will definitely visit you in Ibiza. We miss you here! vibe chansi wart GalatesuleMäu! I can't... Ich kann... Nicht chartre some Tout, Ich kann... ich war glatt. Ich weiß auch viel wie ich… Ich kann... Ich kann... Du ich war glatt! Du ich was... Und du ich war glatt! Ich kann... Du ich war glatt! Ich trage das alleine, lass mal los, lass mal los, er trägt das. Das ist richtig nur Fail. Damit es sich so aussieht, dass der starke Mann nicht hilft. Mein Fitnessprogramm kommt vorbei. Wer fängt an, du? Oder soll ich es mal probieren, wie der Wellen lang ist? Willst du? Ich glaube ich probiere das. Aber ich zieh mein Hemd aus. Die Masse ist kalt. Ich muss auf 8,5,5. Ich muss auf 3 Beine stellen. Das sieht so aus, als ob er gleich jeden Moment hängt. Der Wellengang ist krass. Ja, ist doch. Ich muss auf 4 Beine stellen. Die Masse auf 4 Beine stellen. Ich muss auf Gedanken und nicht überlegen. Es trägt ein Mal. Und her ist der Gew 순간. Ich trägt ein Mal. Der Warme war schיד gesagt. Das war Teil 2 aus Heiligendamm. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Es ist für uns immer super schwierig, das im Video so festzuhalten, wie wir es auch erlebt haben. Ich kann mir sagen, vor Ort war es noch viel cooler als das, was ihr jetzt hier im Video gesehen habt. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß. Schreibt mal in die Kommentare, wo ihr dieses Jahr in den Urlaub hinfliegt, ob ihr schon was geplant habt oder ob ihr vielleicht schon im Urlaub wart. Ich bin super gespannt. Ich freue mich auf euer Feedback, auf Kommentare, Daumen nach oben, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.